Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1759 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Damit falle ich auf und werde beachtet. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Damit falle ich auf und werde beachtet. Ich kleide mich immer nach der neuesten Mode. Damit falle ich auf und werde beachtet. Unser Team ist hier, um dein Problem zu lösen. Wir haben Spezialisten für alle Bereiche. Unser Team ist hier, um dein Problem zu lösen. Wir haben Spezialisten für alle Bereiche. Unser Team ist hier, um dein Problem zu lösen. Wir haben Spezialisten für alle Bereiche. Mein Kontostand sieht schlecht aus. Ich muss weniger Geld ausgeben oder mir einen Nebenjob suchen. Mein Kontostand sieht schlecht aus. Ich muss weniger Geld ausgeben oder mir einen Nebenjob suchen. Es ist wichtig, dass deine Hände wieder beweglicher werden. Es ist wichtig, dass deine Hände wieder beweglicher werden. Es ist wichtig, dass deine Hände wieder beweglicher werden. Diesmal habe ich mir für den Urlaub ein Auto gemietet. Wie kann ich dir heute helfen, dass du dich besser fühlst? Wie kann ich dir heute helfen, dass du dich besser fühlst? Wie kann ich dir heute helfen, dass du dich besser fühlst? Wir sind uns einig und machen es genau so, wie wir es besprochen haben. Wir sind uns einig und machen es genau so, wie wir es besprochen haben. Wir sind uns einig und machen es genau so, wie wir es besprochen haben. Das kleine Elefantenbaby ist erst wenige Tage alt. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke, dass du immer für mich da bist. Wer stört mich denn jetzt wieder? Ich kann noch nicht einmal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. Wer stört mich denn jetzt wieder? Wer stört mich denn jetzt wieder? Ich kann noch nicht einmal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das Geschenk ist von meinem Mann. Welche Überraschung hat er diesmal für mich? Das Geschenk ist von meinem Mann. Welche Überraschung hat er diesmal für mich? Ich kann mehr, als man von einer Cheerleader erwartet. Aber dafür habe ich lange trainiert. Wann sind Ihre Augen das letzte Mal von einem Augenarzt untersucht worden? Ich trage meinen Hund, er will nicht mehr laufen. Ich trage meinen Hund, er will nicht mehr laufen. Ich trage meinen Hund, er will nicht mehr laufen. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Ich fahre lieber in die andere Richtung. Es gibt dort mehr zu sehen. Wir brauchen nur einen einzigen Regenschirm. Er ist groß genug für uns beide. Wir brauchen nur einen einzigen Regenschirm. Er ist groß genug für uns beide. Auf der Deponie wird der Abfall von einer schweren Maschine zerkleinert und verdichtet. Dieser Strohhut schützt mich vor der Sonne. Dieser Strohhut schützt mich vor der Sonne. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Es ist das erste Interview in diesem Jahr. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Es ist das erste Interview in diesem Jahr. Das hätte ich nicht gedacht. Mein Vater schenkt mir ein Auto zum 18. Geburtstag. Das hätte ich nicht gedacht. Mein Vater schenkt mir ein Auto zum 18. Geburtstag. Das hätte ich nicht gedacht. Mein Vater schenkt mir ein Auto zum 18. Geburtstag. Ich kann deine ewigen Vorwürfe nicht mehr ertragen. Warum bist du so eifersüchtig? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Solltei sind. Du bist zur Anle Rocky noch nicht. knowing das ist. Auf.